So, dann machen wir das doch mal. Auf ihrem Weg über die Brücke hat Korvaz eine Scheiße der Verwüste hinterlassen. Was habt ihr aufgegeben? Boah, Pia Asiana, Nachtkleber, du bist so ätzend mit deinem... Ich habe alles geopfert. Und? Mein Gott, ja, diese Verwüster müssen ausgeschaltet werden. Doch es gibt noch viel mehr zu tun. Es steht schlecht, doch wir zählen auf euch. Die Kommandeurin der Brutkönigin kontrollieren den Vulkan. Sie müssen sterben, müssen die Legion zerschmettern. Einfach alles, was nötig ist, um den absoluten Sieg zu erringen. Oh, es gibt Schulterplatten. Ihre Zahl ist uns weit, weit überlegen. Können wir sie überhaupt besiegen? Wir tragen Leder? Ist ja witzig. Cool, Leo. Ne, gut, dann... Äh, ach Gott, das ist ja in drei Regionen. Hm, ihre Zahl ist... Ach, das ist ein Kriegsfortschritt. Okay, dann gehen wir erst mal runter, würde ich behaupten. Lüffel, lü, 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 lü. Doch der Mut scheint eure Truppen schon zu verlassen. Ich würde mich ja auf eure Ankunft freuen, wenn ihr nur eine Chance hättet zu überleben. Bla, 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 bla. Ihr seid es, die nicht davon kommt, Dämonenhexe. Wie amüsant. Selbst von hier oben fühle ich eure Angst. Sagt, habt ihr je daran gedacht, euch uns anzuschließen? Das ist zu weit entfernt. Das kann ich nicht angreifen. So. Anführer, meldet euch. Alles. Hau ab. Geh. Mein Gott. Der Angriff läuft. Ich stoße hinzu, wenn ihr den Aufseher angreift. Hoch. Schlachtenfürst. Meldet euch. Karton. So, dann gehen wir mal weiter. Lü, 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 lü. Ach Gott. Guck mal, ein Dämonen. Eine Dämonenjägerin. Ah. Guck mal. Krass. Das ist cool gemacht, dass man das so jetzt sieht. Das ist neu für mich. Was hat man denn hier? Ich bin außer reich, mein Liefer. Ich brauche ein Ziel. So. Ein bisschen. Wie soll man das denn sehen? Außerdem sind es ja nur Gesundheitssteine. Aber trotzdem. Wie soll man das denn hier in der ganzen Gülle sehen? Halleluja. Oh, Blut. Jum, 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 jum. Da oben ist noch irgendwas. So. Ja, komm mit. Und du auch. Ach, guck mal. Aber Leute, ich bin bewegungsunfähig. Ich muss näher ran. Augen auf Doom. So, dann machen wir nicht. Dass sie so eben zerstört hat, stabilisiert die Gebäude der Legion. Schaut, ob es hier noch mehr davon gibt. Das ist zu weit entfernt. Ja, dann. Ich muss näher ran. Unser Dämon wird sterben. Da vorne ist auch noch einer. Machen wir den auch noch. Oder was? Ich gucke mich erst mal hier oben um. Und dann. Looten. Und dann. Was haben wir denn? Der König Voras. Welch eine Blamatsch. So weit entfernt. Nein, wir wollten nur mal vorbeischauen und mal hallo sagen. Och, so nach Jakobs Café. Vielleicht hast du ja eine Tasse für uns. Natürlich. Ja, aber es ist nicht die Quest dafür bekommen. Hier, Augen. Ja, jetzt wo du frei bist, ne? So, was haben wir denn da bekommen? Ein Rücken. Ein Rücken. Ein Rücken. Ich werde euch rächen, geliebter. Ba. Na okay, war ja klar, dass das kein Mensch sein muss, ne? So hässlich wie die ist. Da haben wir noch einen Stabilisator. Toll, den nehmen wir noch mit hier. Bup, 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 bup. Ich will ja gar nicht wissen, wie das anatomisch zwischen den beiden abliegen wäre. So. Hier haben wir auch noch was. Was will denn hier? Das habe ich dir aber nicht erlaubt. So. Eine schreckliche Erfindung der Legion. Meint sie? Damit sammeln sie die Seelen frischer Leichen. Für die Seelenmaschine. Guck mal, da haben wir noch eine Truppe. Ihr habt diesen Illidari schlimmeres als den Tod erspart. Haust du mich gerade? Oh nein. Dieses Seel kann ich nicht angreifen. So. Jetzt haben wir noch eins. Das heißt, wir müssen jetzt einfach töten, ja? Das ist zu weit entfernt. Ich habe kein Ziel. Das kann ich nicht angreifen. Wir sind Dämonenjäger. Ich muss näher ran. Ein 28 Platz. Alter Schwede. Ja dann, die nehmen wir jetzt auch mal, ne? Also man sieht es überall auf der Overmap ist einfach irgendwo was immer versteckt. Das heißt, man muss echt in jeder Ecke gucken, ob da irgendwo eine Kiste ist. Ja, Jamiere hat das schon mal gemacht, aber das ist ja nur so als kleine Stütze. Und was, haben wir hier hinten noch irgendwas? Ich kriege ja der Aschenzunge. Warum ist der tot? Warum können wir den nicht anspornen? Ich bin außer Reichweite. Es sind sogar mehrere. Dieses Ziel kann ich nicht angreifen. Okay, do, okay. Also es lohnt sich wirklich in jeder Ecke mal zu gucken und da haben wir wieder was. Oh, da ist auch was drinne. Aha, das ist zu weit entfernt. Die Lönchen, Euiklein. Ich mag die Fähigkeit. Ich muss näher ran. Was haben wir denn hier drinne? Ich will auch mit bei der Tee-Party dabei sein. Ich habe kein Ziel. Was haben wir denn hier? Nichts. Pursche der Aschenzunge. Ah, okay, der hat uns gerade geholfen. So, ihr seht ja auch in jeder Ecke, wo wir uns befinden, ist ein, äh, sind andere Soldaten, weil die auch alle andere Aufgaben haben. So, der Hof, der Boot, Aufseher, Boot, Aufseher, was? Ach, da hinten, der da ist halt. Den markieren wir uns mal. Da haben wir noch einen Verwüster der Legion. Ich würde sagen, mach ich erst den Verwüster und dann auch den Ra. Tö, 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 tö. Oh, hau ab, du! Das kann ich nicht angreifen. So. Ja, mach den mal kaputt. Das ist in Ordnung so. Jetzt würde ich sagen, gehen wir zu dem Rahmen, ob der da ist. Komm, der sich ja lohnen, ne? Der büsische Baseliusgeschenk. Ja, das stimmt, der ist schon recht groß. Na los. Oh, Gott. Ja, das gefällt dir, wa, Dicka? Ja. Ich will aber dein Schwert nicht genauer betrachten. Was haben wir denn hier? Ein Schmuckstück. Krittunbeweglichheit, Beweglichkeit und Tempo. Zu schwer, um damit zu kämpfen, aber auf jeden Fall genug, um es wegzuschleppen. Ja, ist klar. Das ist ne Logik, ey. So. Hau ab. Du fieses Möp von Luftschiff. Ja, ich bin auf eurer Seite. Es ist kompliziert. Ich habe meine Grün. Ähm. Ja, ja, mach. Mach du mal. Das sind eh nur leere Worte. Hup. Das ist zu weit entfernt. Ich muss zuerst etwas anvisieren. Ach Gott, ich weiß jetzt, was mir die ganze Zeit fehlt. Ich habe die Musik irgendwann mal runtergedreht. So. Die Yamira möchte da noch was. Den für Wüste habe ich schon. Den habe ich vor dem Rahr gemacht. Obwohl sie das wissen wollte. Oh Gott, die Musik, Alter. Was haben wir denn da? Seline. Die haben wir doch die ganze Zeit am Anfang schon getroffen. So, mal grüßen wir doch mal. Jetzt haben wir ja ein bisschen Besuch hier. So. Ich habe sie gefunden, Keremo. Der Foliant. Ach Gott, du heiliger Bim Bam. Fesundia oder Fekundia. Stellt ihren Folianten der Dämonen Geheimnisse und labt euch zusammen mit euren Illidari an seiner Macht. Oh Gott. Seht ihr diese riesige Höhle? Dort lauert eine schreckliche, extrem mächtige Wichtelmutter. Also schön ist was anderes. Wir hörten, sie ist eine Art dämonische Geheimnisträgerin. Sie führt dort abscheuliche Rituale für ihre Legion durch, äh, für die Legion durch und hält sie in einem Buch fest. Wir brauchen diese Macht. Wir brauchen dieses Buch. Beschafft den Folianten. Und wenn ich das nicht möchte, hier in der Höhle. Mensch, Mensch, Mensch. War das Sekret oder? Die wollte ich töten. Hallo. Klopf, klopf. Jemand da? Oh. Ich wollte ja nicht in deiner Suppe baden, ne. Aber. Halleluja. Meine Geheimnisse werden euch verschlingen. Nee, ich glaub weniger, du. Aber. Versuchen kannst du es ja mal. Na, 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 na. Wieso macht die mir Schaden, nicht? Sie stehlen unsere Geheimnisse, mein König. Äh, na, 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 na. Oh, die Sicht ist schon geil, ne. Gefällt mir richtig, dass da so diese Dämonen, äh, Flammen da an den Seiten kommen. Ja, wo ist die denn hin? Ist die einfach weggegangen. Was soll das denn? Ruf der Boot da oben. Dann gehen wir doch mal da hoch. Was hast du denn da oben für mich? Aha. General so und so, ja. Hallo, das sind meine Diener. Lass die mal in Ruhe. Ja, genau. Schmeiß die Harpune. Von euch wird nicht als Asse bleiben. Ah, was haben wir denn hier? Handgelenke. Handgelenke. Hab Dank. Kommt, Brüder. Zurück in den Kampf. Ja, wer nicht. Dafür werdet ihr bezahlen. Oder vielleicht auch nicht. Ich weiß es gar nicht. Das ist meine. Die will ich haben. Was soll denn der Scheiß hier? Habt ihr so noch? Also, so nicht. Oh, ist ja cool. Das heißt, jeder Verwüsterer wurde auch ein bisschen anders gemacht. Ich würde das verblühen. Ja, hier haben wir noch eine Truppe, die war aufgeregt. Ich werde euch nicht enttäuschen. Da oben ist noch Sternchen. Da haben wir Sternchen. Ja, oder was ist denn? Da haben wir Sternchen. Oh, ein Schreckenslord. Ein Schreckenslord, ja. So nennst du dich also. Nee. Eher andersrum. So nennst du ihn mit einem Sturm an Seelen. So nennst du dich. So nennst du dich. Ich bin außer Reichweite. Das ist nicht an eurer Seele, Lahr. Nee. So. Einen schändlichen Ring haben wir bekommen. Ring, 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 Ring. Hier, Ring. Und das... Gottchen. Okay, zwei Ringe haben wir schon mal. Das ist zu weit entfernt. Hat das irgendwas gebracht? Nee, okay. Dann... Auf, auf. Ich fühl mich überall so in jeder Ecke irgendwie mal umgucken. So wie ich... Da war ich schon wieder zu neugierig gerade hier. So. Also ihr seht, mit diesem... Dass man gegen alle kämpfen muss. Und was man machen muss. Und so. Ist schon hilfreich. Okay, wir sind fertig. Na. Nase juckt. Oh, da wurde die Amira abgemontet. Ach Gottchen. Ähm. So. Da kamst du zu spät. Na. So. Stoppt das Bombardement. Ihre Zahl ist... Was ist das? Ihre Zahl ist die Union. So. Austausch. Mal vor Ort vergessen. Und die letzte Quest. Den Foli an den Abgeben. Spürt ihr die Macht mit dem Buch... Äh... Die dem Buch entströmt? Ich kann kaum erwarten, seine Geheimnisse zu ergründen. So. Die Dämonen haben einen entscheidenden Fehler begangen. Als sie ihre Geheimnisse in diesem Buch niederschrieben. Die davon ausgehende Teufelsenergie ist überwältigend. Doch sie reicht nur für eines der Rituale. Es wird das Buch völlig verzehren. Ihr entscheidet, welche Geheimnisse wir gegen die brennende Legion einsetzen. Metamorphose. Springt in die Luft und landet mit explosiver Kraft den Gegner in der... Huuuuh. Coolio. Wie ihr euch auch entscheidet. Es tut gut, die Macht der Legion gegen sie einzusetzen. So. Und zwar. Eure Meisterschaft der Verwüstung fortsetzen. Dämonenjäger, die auf Verwüstung spezialisiert sind, können sich in beflügelten Dämonen verwandeln und konzentrieren sich auf Nahkampfschaden pro Sekunde. Okay. Oder Meisterschaft zur Rachsucht wechseln. Rachsuchtdämonier können sich in Dämonen verwandeln. Sie konzentrieren sich auf Tanken. Ja, was nehmen wir wohl? Tank, oder? Ich spiele fast nur Tanks. Tanks, her damit. So. Ach, guck mal. Jetzt hat sich auch unsere Fähigkeiten haben sich auch ein bisschen verändert jetzt. Die Reichweite... Oh Gott. Jetzt muss ich erst mal gucken. Ähm... Es hat sich alles geändert. Okay. Moment. Fähigkeit, Fähigkeit, Fähigkeiten. Entfernteschlang. Springt durch die Luft zur anvisierten Position. Flügt eingehen innerhalb von 6 Metern. Feuerschaden zu. Okay. Shared ein Gegner. Verursacht körperlichen Schaden. Und hat ein geringes Leben. Fragt meine, von eurem Zielabschicht. Und das euch bei oft zerrt. 10.000... Uh. Und es erzeugt 10 Schmerz. Das heißt, jetzt haben wir Schmerz. Hm. Schlägt brutal auf alle Gegner von euch ein. Fügt ihm bis zu so und so viel Schaden zu. Und heilt euch. Das ist cool. Hüllt euch in Flammen. Die Gegner innerhalb von 8 Metern. Sofort so viel Schaden zufügt. 6 Sekunden lang an. Erzeugt 20 Schmerz im Verlauf von 20 Sekunden. Auch nicht schlecht. Die Inferno Schlag. Und die Abklingzeit geht runter. Was haben wir denn da? 20 Sekunden. Feuerbrandaura. Das wird die sein, ne? 50 Prozent. Ja, der Schaden ist jetzt nicht so schlimm. Während Dämonen-Stachel aktiv ist. Das ist eine passive. Wird euer verursachter körperlicher Schaden nur 20 Prozent erhöht. Eure Nahkampf. 6 Sekunden lang um 50 Prozent. Hm. Nam nam nam. An für sich zum Tanken. Ist die Fähigkeit nicht verkehrt. Aber erhöhter Schaden ist auch nicht schlecht. Um die Agro zu halten. Wir müssen die Truppen der Legionen hier im Vulkan eingreifen. Es ist wichtig sie auszuschalten. Bevor wir das Kommandoschiff der Brutkönigin, die Teufelshammer, angreifen. Oh Gott, was ist ein Name? So, Quest beenden. Metamorphose lässt euch für 50 Sekunden. Ein Dämonen verüben, die durch eure aktuelle Wunschwürde. Coolio. Ist schon stylisch. Yo. Hat was, wa? Und das ist die Damage. Oh, auch nicht schlecht. Aber es ist cool, dass die Tanks so mächtig, so breit aussehen und die Ds so grazil. So. Leert eure versammelten Dämonien die Kunst der Rachzum. Das verleert uns, was ihr erfahren habt. Oh Gott, ähm... Mein Leben dient einzig dem Untergang der brennenden Legion. Ah, dämonische Energie. Ich fühle mich noch tödlicher. Wir sind alles, was zwischen der Legion und unserer Vernichtung steht. Hm, ich werde euch beibringen, was ich über euremische Geheimnis soll. Ich spüre, wie es meine Adern durchströmt. Mein Körper verändert. Aber jetzt ist nochmal wichtig, sehen die danach auch anders aus? Ich habe alles geopfert. Ich könnte die Legion ganz allein vernichten. Ja doch, die kriegen, die sehen ein bisschen anders aus, wenn ich das richtig sehe jetzt. Wir sind alles, was zwischen der Legion und unserer Vernichtung steht. Das ist, das ist mal toll. Jetzt hatten sie einen anderen Spruch gebracht, anstatt zu sagen, ich habe alles geopfert. Denkt immer daran. Es gibt kein Höhe mehr. Ich will noch mehr Macht. Ja, ja. Du Gierenlappen. So, Manitrell geleert. Ach, der Manitrell, hier. Azzeroth darf nicht fallen. Wartet, ich kann die Macht nicht erheben. Nein, man ist nicht. Ach Gott. Azzeroth darf nicht fallen. Mal zu Geschwächt in uns tobt eine nie endende Schlacht um die Kontrolle der Dämonenkraft, die wir alle in uns aufgenommen haben. Vielleicht wäre es das Beste, die Unterweisung für den Moment zu verschieben, nachdem einer gestorben ist. Da hätte man ja auch vorher dran denken können. So, der Tod naht auf teuflischen Schwingen. Es wird Zeit, wir haben den Truppen der Legion einen vernichtenden Schlag zugefügt, von dem sie sich nie erholen. Jetzt tragen wir den Kampf zu Tirana, das Kommandozentrum. Schnell kümmert euch um eine Flugmöglichkeit. Äh, Teufelsfleder... Oh, wir kriegen hier Teufelsfledermaus zum Fliegen. Pige, pige, pige. Ich will haben, ich will haben, ich will haben. Fledermaus. Euch allen viel Glück. Ich bringe den Rest von uns dort hoch. Wie damals trachtet sie nach allem, was bis hin und teuflisch ist. Doch ich werde kämpfen. Wenn nötig bis in den Tod. Ich bin einer riesigen Es pur Kardashians crest springt zum Fliegen. Wollte dich, was bis hin oder gut stare, ich will von dir. Ihr seid aber w Untertitelung des ZDF für funk, 2017